Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie heute in der Pressekonferenz unserer Fraktion. Mit mir dabei unsere parlamentarische Geschäftsführerin Christine Wernicke. Nach der gestern erfolgten durch den Landesverband vollzogen erfolgreichen Einreichung der Volksinitiative Erschließungsbeiträge abschaffen, hoffen wir als Fraktion natürlich darauf, dass hier im Landtag eine zügige Behandlung und Beratung dieses Themas erfolgt, um eine inhaltliche Abstimmung noch vor der Sommerpause zu ermöglichen. Das nur als ergänzender Hinweis für gestern. Wenn jetzt der parlamentarische Beratungsweg losgeht, wir gehen davon aus, dass bereits nächste Woche auf dem Hauptausschuss, auf der Tagesordnung stehen wird, zu weiteren Befassungen. Die Unterschriften reichen ja auch bei weitem aus mit über 32.000. Heute soll es inhaltlich um ein anderes Thema gehen. Und zwar möchten wir nochmal Bezug nehmen auf die in der letzten Woche erfolgte und unseres Erachtens in der Tragweite noch gar nicht ausreichend gewürdigte Aufhebung des Windplanes, des Regionalplanes, Teilplanes Wind des Regionalplanes, Barnehm-Uckermark, Uckermark-Barnim, weil sich daraus unseres Erachtens größere Implikationen ergeben. Wie Sie wissen, ist das schon der dritte von fünf Teil Regionalplänen, der aufgehoben wird. Im Jahr 2018 Haferland-Fleming, im Jahr 2019 Lausitz-Spreewald und jetzt auch Uckermark-Barnim. Und überall zeigt sich im Endeffekt ein Schema, ein Muster, nämlich, dass aufgrund von Fehlern in der Planung die Windeignungspläne, die Windeignungsgebiete nicht mehr Bestand haben, die Regionalpläne auch gekippt werden. Wir als BVB-Frei wieder begrüßen diese Entwicklung, weil wir natürlich dafür werben, dass in den regionalen Planungsgemeinschaften eine präzisere Auseinandersetzung mit umweltschützerischen Aspekten, auch mit Aspekten, mit Anliegen der Anwohner umgegangen wird und die auch stärkere Begrüßungsrichtigungen finden. Deswegen ist unser Punkt, dass nach dieser erneuten Aufhebung die regionalen Planungsgemeinschaften anfangen müssen, stärker vernünftige Abwägungen vorzunehmen. Wir erleben es viel zu häufig, dass nur die Planungsziele aus Potsdam eins zu eins umgesetzt werden, dass keine ausreichende Transparenz hergestellt wird, keine ausreichende Debatten- und Diskussionsstandsführung oder Einbindung auch von Bürgerinitiativen, von Umweltverbänden, von Anwohnern, dass kritische Hinweise aus der Bürgerschaft nur unzureichend Einfluss nehmen in die Ausgestaltung. Das Ergebnis ist dann, dass die Dinge mit großer Mehrheit durchgewunken werden und dann von den Gerichten gestoppt werden. Wir freuen uns darüber, dass die Gerichte hier so kritisch drauf schauen, erwarten aber für die Zukunft eine stärkere Beücksichtigung des Flächenfaktors, eine stärkere Beücksichtigung auch der Waldkriterien, eine stärkere Beücksichtigung auch des Vogelschutzes und insbesondere des Anwohnerschutzes, um für zukünftige Planungen hier mehr Restriktionskriterien, mehr Ausschlussflächen auch zu definieren, um diesem weiteren Entwicklung von mittlerweile 4.000 Windrädern auch etwas entgegenzusetzen. Die Angelegenheit hat allerdings noch weitere Implikationen und hierzu wird Christine Wernicke Ausführungen machen, insbesondere auch im Hinblick auf das Märchen, was verbreitet wird, dass man jetzt überall Windräder bauen könnte. Ja, vielen Dank auch für mich, herzlich willkommen. Es ist tatsächlich so, was auch ich nicht erwartet habe, kaum war der Regionalplan gekippt, war das negative Urteil da, zogen die Windkraftbauern durch die Uckermark, um dort neue Abstimmungen für Windenergiefelder zu treffen. Es ist richtig, dass wir von BVB Freie Wähler begrüßen, dass der Regionalplan gekippt wurde. Man darf auch nicht übersehen, dass er aus formellen Gründen gekippt worden ist. Das Gericht hat sich also mit dem Inhalt des Regionalplans noch gar nicht befasst und deshalb kann man auch nicht davon ausgehen, dass das zutreffend ist, was im Regionalplan steht. Aus eigener Erfahrung weiß ich, wie in der Regionalplanung, bei der Regionalplanung, mit dem Bürgerbegehren umgegangen wurde, wie ihre Anregungen, ihre Hinweise zum Naturschutz, zum Vogelschutz, zu den gesundheitlichen Beeinträchtigungen weggewogen worden sind. Und wir hoffen ganz einfach, dass jetzt bei der Aufstellung eines nächsten Regionalplans dort mehr Mitspracherecht der Bürger und auch auf die Bürger fokussierte Auswertung stattfinden wird. Wie wir wissen, muss die Regionalplanung nach dem Gesetz zur Regionalplanung und zur Braunkohlensanierungsplanung unverzüglich einen neuen Regionalplan, ein neues Verfahren beginnen und einen neuen Plan aufstellen, sobald nämlich die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts veröffentlicht ist. Wir hoffen, dass das auch die regionale Planungsstelle so sieht, die ja schon angekündigt hat, dort bräuchte sie mehrere Wochen und Monate, um ein neues Verfahren zu starten. Nein, es ist ein gesetzlicher Auftrag, das so fortzuwachen. Unverzüglich steht im Gesetz. Und dafür wären wir. In dem Zusammenhang begrüßen wir auch das Urteil des Europäischen Gerichtshofes zum Vogelschutz, nachdem doch überraschend für alle das EuGH entschieden hat, dass jeder Vogel zu betrachten ist, ob er ein Tötungsrisiko hat und nicht, ob die Population insgesamt in Deutschland ein Risiko hat. Auch das finden wir ein sehr gutes Urteil, gerade auch für den Natur- und Umweltschutz in Brandenburg. Es ist auch sehr wichtig. Wir haben ja jetzt in den letzten Wochen sehr viel darüber berichtet, dass wir mittlerweile feststellen, dass vom Landesamt für Umwelt auch Windkraftanlagen in Wäldern genehmigt werden. Wir haben also auch mal analysiert, wie viele Windkraftanlagen ohne Umweltverträglichkeitsprüfung seit 2019 genehmigt werden. Dies wird Thema des Landwirtschaftsausschusses sein in seiner übernächsten Sitzung. Also von daher begrüßen wir dieses Urteil außerordentlich. Und wir in diesem Zusammenhang und im Zusammenhang mit der aktuellen Diskussion auf Bundesebene schlagen wir auch vor, dass man sich auch im kommunalen Bereich Gedanken macht um ein Lobbyregister. Auch dort sollten die Unternehmen angeben müssen, mit welchem Entscheidungsträger sie gesprochen haben. Denn wir verzeichnen, wie gesagt, jetzt ein massives Aufsuchen von Bürgermeistern, Ortsvorstehern, die vorhabenbezogene Bebauungspläne in ihren Gemeinden auf den Weg bringen sollen. Mit der wirklich fadenschneidigen Begründung, dass ansonsten ein Wildwuchs nach § 35 Baugesetzbuch passieren wird. Erstmal ist das unredlich, weil das sind falsche Aussagen. Denn unabhängig davon, ob wir einen Regionalplan haben oder nicht, gelten die Gesetze. Und wir haben die TA Lärm. Wir haben die Abstandskriterien bei bestimmten Vogelarten zu beachten. Es gilt ganz normal das Baugesetzbuch und da kann also auch nicht einfach näher an die Häuser herangebaut werden, an die Wohnsiedlungen herangebaut werden. Denn ich habe es auch in eigener Erfahrung, diese neuen Anlagen, 230 Meter, sind so laut, dass sie herunterreguliert werden müssen, um überhaupt der Prognose, die beim Bau ausgegeben worden oder die genehmigt wurden, einhalten zu können. Gibt es in Bernau auch ein ähnliches Beispiel, in der Uckermark gibt es auch solche Beispiele. Also die Sorge oder die Drohung, dass mit dem Wegfall der Regionalplanung ein Wildwuchs von Windrädern passieren kann, können wir nicht nachvollziehen, denn rechtliche Regelungen stehen dem entgegen. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Ihre Frage, bitteschön. Also wir würden da keine Auswahl treffen. Jeder, der sich an Entscheidungsträger wendet, aus welchem Grund auch immer, müsste in so ein Lobbyregister. Ja, also das nur zu sagen, die einen würden Einfluss nehmen, die anderen nicht, das kann man nicht sagen. Es ist ja immer unterschiedlich, welches Bauvorhaben oder welche Intentionen dort gerade in der Gemeinde herrschen. Weitere Fragen, bitteschön. Herr Hevel erst mal. Wie bewerten Sie die Impfstrategie des Landes und wie bewerten Sie die 200er-Inzidenz-Diskussion? Gut, dann vielen Dank. Dann können wir gerne zu dem Thema kommen. Also zunächst können Sie sich vielleicht erinnern an die Sondersitzung vor einigen Wochen, wo wir für der Unwissenschaftlichkeit gescholten worden sind, als wir uns erlaubt haben, einen Drei-Stufen-Plan vorzulegen mit 35, 65 und 100er-Inzidenz. Da wurde vor allem die 65er-Stufe als absolut Hexenwerk dargestellt und als absolut unverantwortlich dargestellt. Wir haben das damals zur Kenntnis gekommen, der Antrag wurde abgelehnt, so läuft die Choreografie hier. Dass dann aber zwei Wochen später im Rahmen der Kanzlerberatung die 100er-Notbremse definiert wird, war schon für uns ein überraschender Punkt, insbesondere, dass der dann auch von der Landesregierung verteidigt wurde. Und dass dann wenige Tage später die Notbremse verdoppelt wird auf 200, ist sehr interessant vor dem Hintergrund, mit welch einer Empörung man die 65er- und 100er-Stufe, die wir geregelt hatten, gescholten hat. Und das sollte uns zu denken geben, dass das, was auch mein Kollege Steffke in der letzten Sondersitzung, an der ich nicht teilnehmen konnte, gesagt hat, wenn wir gemeinsam Lösungen finden wollen, kann es nicht sein, dass Zahlen, die ja nun wirklich nicht, also eine 100 ist eine 100, eine 200 ist eine 200, das ist also nicht meinungsabhängig, wie diese Zahl zu definieren ist, dass die einerseits gescholten werden und eine Woche später, als die Erkenntnisse in den Raum gestellt werden. Wir begrüßen, dass die Landesregierung Brandenburg hier offenbar etwas großzügiger verfahren will als der Bundesdurchschnitt. Das ist auch richtig, das ist auch angesichts der wirtschaftlichen Belastungen und der psychischen Belastungen und gerade für die Vereine eine gute Sache. Wir würden uns wünschen, wenn das in einer Weise geschieht, dass man nicht erst darüber zwei, drei Wochen lang Pirouetten im Landtag drehen muss, bis man zur Erkenntnis kommt, jawohl, unter Hygienekonzepten mit Augenmaß kann man bestimmte Öffnungen vornehmen und dafür waren wir ja auch immer gewesen. Insofern finden wir das gut, aber die Genese ist halt nicht optimal. Was die Impfentwicklung anbelangt, da ist natürlich die Situation ganz klar. Wir hatten in Brandenburg zwischendurch ein kleines Aufflackern gehabt, als wir auf Platz drei oder vier bundesweit standen. Jetzt sind wir wieder, was die Erstimpfung anbelangt, auf dem letzten Platz und natürlich sind hier auch Verantwortlichkeiten zu benennen. Vielleicht nicht in dieser Pathetik und nicht in dieser Dramatik, wie das andere tun, aber schon mit einer klaren politischen Zuordnung und Verantwortlichkeit. Und selbstverständlich ist das ein Ergebnis dessen, dass viel zu zögerlich die Impfzentren errichtet worden sind, dass keine Impftransporte erfolgen, dass viel zu zögerlich auch das flächendeckende Netz sozusagen betrachtet wurde und natürlich auch viel zu spät angefangen wurde, eine vernünftige Terminvergabe zu ermöglichen. Ich habe letzte Woche Anrufe bekommen von mehreren Bürgern, die jetzt schriftlich Impftermine mitgeteilt bekommen haben, obwohl sie ihre Impfung schon hatten. Das heißt, sie haben einen Impftermin telefonisch vereinbart, der wurde ihnen dann abgesagt schriftlich mit von wegen vielen Dank für ihre Absage. Dann bekommen sie einen neuen Impftermin, nehmen den wahr und kriegen jetzt neue Impftermine zugeteilt und haben bei mir angerufen, ob sie den quasi tauschen können oder jemandem schenken können, diesen Impftermin. Also ich will mich jetzt nicht über Einzelfälle belustigen, aber Fakt ist eins, wir müssen eine Tatsache ins Auge sehen, es gibt ein Organisationsversagen und wir müssen durch Impfungen in Praxen, durch Vertiefung des Netzwerkes an Impfzentren, Sie wissen, Sie hatten Anträge dazu gestellt, auch Orte wie Bernau, Fürstenwalde, Neuruppin dort zu ertüchtigen, müssen wir da vorankommen. Und insofern sind wir hier in einem sehr schlechten Bereich in Brandenburg und das ist mit ein Grund dafür, warum die Quote nochmal im Bundesvergleich auch generell schlecht ist. Zwei Fragen. Die Linken haben gerade bekannt gegeben, dass Ihre Volksinitiative, keine Geschenke, sondern knapp erfolgreich war. Also wir haben über die 20.000. Was bedeutet Ihnen das in der politischen Arbeit? Und die zweite Frage. Ein Skandal erscheint, Herr Walter, dass dieses Unternehmen Kienbaum, also sozusagen viel Geld bekam und möglicherweise von Rundmacht da gar nichts sagt, dass es ein Beratungsweis gegeben hat und man dort dann nachhaken will. Wie sehen Sie das? Ich kann vielleicht so viel aus der Fraktionssitzung berichten. Wir hatten überlegt, ob wir das heute zum zentralen Thema der Pressekonferenz machen. Wir haben uns aber für diesen Windplan entschieden, weil der doch landesweit eine flächendeckende Thematik auch hat. Wir wollten das sowieso auch für die nächste, glaube ich, übernächste oder nächste Ausschusssitzung auch auf die Tagesordnung setzen. Insofern teilen wir die Einschätzung und wir, wenn man es plakativ mal formuliert, 20.000 Beraterhonorar am Tag, trotzdem letzter im Bund. Das ist schon ein sehr beschämender Zustand. Insbesondere, lassen Sie mich so formulieren, wenn man immer mit einer gewissen Approbationserhabenheit die Themen vorträgt und die Lösungen uns präsentiert und sich Kritik als Gemecker dann verbittet, dann erwartet man doch deutlich mehr. Lassen Sie mich höflich formulieren. Und was die Volksinitiative anbelangt, ich dachte, Sie fragen jetzt nach unserer Volksinitiative, aber ich darf vielleicht dazu auch einen Satz sagen. Ich glaube, wir nehmen das zur Kenntnis. Wir gratulieren, dass die Zahl geschafft wurde. Es ist immer ein großer Aufwand, der gefahren wurde, auch wenn da natürlich eine längere Zeit dahinter war. Wir haben es in drei Monaten geschafft. Das waren 18 Monate. Aber gut, der Landtag wird sich damit beschäftigen und wir werden, wie es sich für BVB-Freiwähler gehört, mit Respekt vor den Unterschriften, vor den Bürgern, die hinterstehen, die Sache uns anschauen. Auch wenn die Thematik jetzt bei uns sicherlich nicht die Priorität genießt und wenn ich das sagen darf, vielleicht jetzt auch nicht unbedingt in der Masse der Bevölkerung. Aber es ist ein demokratischer Akt, der von uns sehr hoch gehalten wird und die entsprechende demokratische Würdigung auch erfährt. Thematisches Abschlussurteil kann ich heute noch nicht mitteilen. Da ist die Fraktion einfach noch nicht in der endgültigen Positionierung sozusagen. Weitere Fragen? Gut. Also da würde ich gerne noch mal die von meiner Kollegin unterstrichenen Lobby-Christa Ihnen noch mal wirklich noch mal ans Herz legen, auf Kreisebene, auf kommunaler Ebene anzulegen, nach dem Vorbild des Landtages, weil wir glauben, dass gerade bei den regionalen Planungsgemeinschaften, wo Landesaufgaben erfüllt werden, das dürfen wir nicht vergessen, von denen es auch nur fünf gibt, wie, glaube ich, und unter sehr geringer Teilnahme der Bevölkerung erfolgt, wir doch eine stärkere Kontrolle und auch eine stärkere Nachvollziehbarkeit der Entscheidungsfindungen brauchen und nicht nur alle Jubeljahre, wenn es dann heißt, oh, das Gericht hat gesprochen, was denn da passiert, wenn man da kritischer vorher schon reingegangen wäre oder reingehen könnte mit mehr Transparenz, mehr öffentlicher Kontrolle, dann würden bestimmte Entwicklungen gar nicht erst zugelassen werden und das hat für das gesamte Land eine derartige Auswirkung, vielleicht eine etwas trockenere Materie, aber eine sehr dramatische Auswirkung, die wir immer hier ins Vorderhorn holen wollen und insofern könnte das ein Schritt sein, wie wir hier auch in der öffentlichen politischen Diskussion dem mehr Transparenz auch zukommen lassen und deswegen unseres Achtens nach diesen Entwicklungen dringend gebraucht wird. An dieser Stelle können Sie Ihre Zustimmung signalisieren. Dankeschön. Ich danke für die Aufmerksamkeit und wünsche einen schönen Tag. Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön.